Unter dem Stichwort astabiler Multivibrator findet man fast immer diese Schaltung, die wir schon besprochen und ausprobiert haben. Sie ist aber nicht sonderlich stabil und hat ein paar Nachteile. Darum will ich als Alternative die weniger bekannte Emitter gekoppelte Kippstufe vorstellen. Die Vorteile sind eine höhere mögliche Schwingfrequenz, eine bessere Flankensteilheit und eine höhere Frequenzstabilität. Es ist einfacher die Frequenz abstimmbar zu machen und sie ändert sich auch kaum bei Schwankungen der Betriebsspannung. Auffällig ist, dass es nur ein frequenzbestimmendes RC-Glied gibt. Beide Transistoren sind über einen gemeinsamen Emitterwiderstand mit Masse verbunden. Über den Basisspannungsteiler liegt die Basis von Transistor 1 an einer festen Spannung. Mit dem Regler kann man die Kurvenform und das Tastverhältnis einstellen. Wie funktioniert die Schaltung? Angenommen Transistor 1 wird gerade leitend, dann entsteht am Kondensator C2 ein negativer Impuls, den er an die Basis des zweiten Transistors weitergibt. Transistor 2 wird dadurch gesperrt. C2 lädt sich jetzt langsam über R3 auf. Wenn die Spannung an der Basis von Transistor 2 hoch genug geworden ist, steuert der wieder durch. Dadurch erhöht sich der Strom durch den Emitterwiderstand R4 und damit auch der Spannungsabfall über ihm. Jetzt sinkt die Spannung zwischen Basis und Emitter von T1, wodurch der wieder sperrt. Die Spannung über R4 sinkt wieder, Transistor 1 kann wieder öffnen und der Vorgang beginnt wieder von vorn. Mit den Bauelementewerten im Beispiel kommt man auf eine Frequenz von etwa 3 Kilohertz. Verantwortlich dafür ist das RC-Glied aus C2 und R3. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit eine Kippstufe mit nur einem RC-Glied aufzubauen, sie ist sogar noch frequenzstabiler, aber die heben wir uns für morgen auf.